so was geht leute heute noch mal eine runde dreamcatcher habe ich schon wirklich sehr sehr lange nicht mehr gespielt dachte ich mir trangle heute mal nach dem krassen catchout bei crazy time meine runde dreamcatcher ist die restbalance die ich jetzt noch übrig habe 8200 euro habe ich ausgezahlt und ja dachte ich mir stürmer dreamcatcher habe ich wirklich schon sehr sehr lange nicht mehr gespielt vielleicht die 20 oder die 10 man das rad ist wirklich schwer einzusehen kann man autostart angemacht ach leute ist doch draußen immer noch so ultra heiß aber was wir machen ist natürlich jetzt auch mal sommer angekommen aber mit corona ist das halt auch alles kacke irgendwie in urlaub habe ich auch gar keinen bock aktuell irgendwo zu fahren ich war jetzt ein paar tage nicht da war man hamburg für anderthalb wochen knapp ja wobei sogar zwei wochen aber letztendlich irgendwo hinzufliegen macht in meinen augen glaube ich aktuell wenig sinn weil halt die bedingungen auch wirklich blöd sind man halten sich auch die leute an die bedingungen gar nicht also das kann ich halt auch gar nicht verstehen wie sich die leute halt nicht an die mindestabstandsregelung halten oder auch nicht an die mundschutzregelung also ich bin da stark dafür dass man sich auch schon dran hält weil ich finde immer man muss halt auch an die leute denken die halt krank sind man kann ja leute nicht ansehen hat der jetzt was am herzen oder hat er mal irgendwie eine krebserkrankung gehabt dass der körper auch geschwächt ist und da finde ich kann man schon rücksicht auf die leute nehmen oder auch gerade auf die alten leute und dann halt auch mal abwägen das mal doch einfach den mundschutz trägt oder so was nackt klar ist das nervig aber ich finde man sollte sich schon an den abstand einhalten und auch keine party oder so irgendwo machen weil letztendlich desto mehr leute sich daran halten desto schneller ist das thema auch abgegolten und ist auch zu ende kommen das 7x und dann eine 40 das wird doch noch mal schmecken dann eine 20 vielleicht auch mann und er macht auch mal eine 2 ja ja leute aber gibt ja aktuell auch viele die gegen kubi demonstrieren und dann mein ja das gibt es ja gar nicht und so also ich sage immer jeder soll seine eigene meinung haben finde ich auch in ordnung aber da sollen die leute letztendlich auch nicht rumholen wenn sie es dann letztendlich haben ja ich dachte am anfang auch vielleicht mal ich hätte es vielleicht gehabt aber ich hatte halt so ein schwindel mal so über anderthalb wochen gehabt aber letztendlich habe ich es nicht gehabt also denke ich auf jeden fall aber auf jeden fall kein test gemacht oder die 40 aber die fünf immerhin immerhin 150 tacken und vergesst auf jeden fall nicht leute glücksspiel kann süchtig machen extrem süchtig und spielt wirklich nur mit dem geld was sie überhaupt weil oft habe ich das ja auch schon angekreidet bekommen ja du machst die leute ja süchtig aber ich bin ja halt auch gerade der meinung jeder der 18 ist der kann ja selber bestimmen möchte ich das jetzt machen oder möchte ich das nicht machen und ich sage ja auch wirklich es kann wirklich süchtig machen es gibt leute die dadurch wirklich alles verloren haben und wir kriegen jetzt die 7x habe ich gerade so gehört ja wohl man jawoll jetzt bitte nicht 280 mann die die 40 bitte einmal nicht auf die 1 oder auch die 2 ich hatte alles schon mit 7x im leben auch schon die 40 mit dem huni drauf damals der pokerstars mit dollar das geht echt in die shit wag es dich nicht Yes man yes man, yes man jawoll alter ja man alter, leute finally man, finally alter mega mega geil leute mega geil mega geil mann mega geil leute heute habe ich aber auch echten lauf geil mann alter schön 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 super jetzt noch mal die 40 hinterher aber es zu schnell aber vielleicht noch mal so die 10 aber wobei es wird die 5 ja schön machen wir mal 25 bottom line danach war ich auch mit dem profit auch mit und zahl aus letztendlich ist auch besser endlich mal wieder ein bisschen zurückgewonnen hier mit dem win by crazy time kommt man der neuen rolex natürlich noch mal ein stück weiter oder ein stück näher spaß seit ich so die erste urb ist auch irgendwie dass man irgendwie schon bock wieder auf eine neue hat nochmal die fünf schön da kriegt man irgendwie bock auf mehr so eine schöne day date in rosé gold mit einem grünen blatt will ich ja aktuell unbedingt haben aber ich finde einfach wirklich keine die vernünftig ist bei dem konzessionär bei mir sagt auch anderthalb jahre wartezeit oder ein jahr wenn es ganz ganz schnell gehen soll vielleicht acht neun monate aber der listenpreis aufgrund von dem goldpreis der seit anfang des jahres gestiegen ist so extrem hoch gegangen ist halt auch einfach nur bullshit ne vor zwei drei jahren hat man die ja noch wirklich unter 25.000 gekriegt und jetzt 36.000 also vielleicht mal die 2x die 40 die 40 die 40 die 40 nein oh man 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 und dann leute kommt bottom line 2800 euro und dann sind wir ja auch raus machen wir gleich noch 1 100er spin machen wir gleich noch und dann bin ich aber auch raus und wenn ihr auch mal spielen wollt dann dann checkt man meine Webseite ab, casinoclas97.net. Aktuell extrem gute Bonusangebote bei 888, 88 Euro ohne Einzahlung. Vergesst aber nicht, Glücksspiel kann süchtig machen. Und wenn ihr Bock habt auf Non-Sticky-Bonus, bei Vera & Jonny erhaltet ihr aktuell 200% Non-Sticky. Kann man auf jeden Fall nichts nicht falsch machen, wie ich finde. Aber vergesst nicht, ist halt auch nur Glücksspiel. Und da kann man natürlich auch extrem schnell, extrem viel verlieren. So, was machen wir denn nochmal? So, machen wir hier nochmal. Und ich nehme den Gewinn jetzt auf jeden Fall mit. 7x10, auf jeden Fall mega geil, mega geil, freut mich mega. Und ja, ich spiele aktuell sehr viel bei Bad Ammo, King Billy. Extrem schnelle Auszahlung, das Coole bei denen das auch ist, aber auch bei Vera & Jonny. Und so, wenn ihr angenommen mit einer Paysafe-Card einzahlt, könnt ihr auch mit Nettela, Trustly, Skrill auszahlen. Und das bietet natürlich nicht sehr viele Casinos an. Und er geht jetzt nochmal in die 7x. Wobei, jetzt ist er langsamer geworden. Tja, Leute. Ich würde sagen, ich bin da mit raus. Den Profit nehme ich mit. Bleibt alle gesund, Leute. Passt wirklich gut auf euch auf. Ich hoffe auch, dass eure Familien natürlich immer gesund bleiben. Und ich würde sagen, bis die Tage, bis dann. Haut rein. Ciao.